Tag 12 des Adventskalenders mit Ryan und einem Medizinbein. Ihr könnt alternativ auch ein 6-Pack Wasser oder irgendwas anderes, was ihr als Gewicht habt zuhause nehmen. Wir machen Russian Twist. Let's go! Let's go! Russian Twist. Halbe Minute, Vollpower. Jawoll, Bauchmuskulatur, seitliche Bauchmuskulatur. Jetzt seid ihr dran. Macht es nach. Markiert uns gerne auch in der Instagram Story. Wir reposten das Ganze dann. Und wir sehen uns morgens. Guten Tag 13.